Yay, es ist soweit! Vampire Storm 3 ist Pasta! Okay Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich habe meinen Vampire Storm 3 Key zugeschickt bekommen. Hm, mache ich bloß damit? Was mache ich bloß damit? Könnt ihr ihn jetzt natürlich bei Steam einlösen? Oh, ich habe eine bessere Idee. Ich verlose ihn an einen von euch. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, schreibt unter dieses Video hier in den Kommentarbereich einfach irgendein Kommentar über Vampire Storm 3. Egal was, schreibt irgendwas hin. Wichtig, Inhalt, irgendwas über Vampire Storm 3. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch nochmal liken und abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist immer eine schöne Sache und auf die Benachrichtigungsglocke drücken natürlich, wenn ihr schon mal dabei seid zu kommentieren. Wann ist die Verlosung? Verlosung würde ich dann am Montag machen. Montagnachmittag live im Stream. So wie die letzte Verlosung finde ich am sinnvollsten. Da habe ich einfach Zeit und da mache ich das dann einfach um 15 Uhr. Oder vielleicht auch plus minus. Also steinigt mich nicht, falls es ein bisschen länger dauert oder ein bisschen eher ist. Steinigt mich nicht. Ähm, aber circa 15 Uhr live auf meinem YouTube-Kanal ist dann die Verlosung. Ähm, da werde ich dann auch nochmal über eure Kommentare drüber gucken. Mal gucken, was ihr so geschrieben habt. Schreibt einfach alles mögliche zum Thema Vampire Storm, was euch einfällt. Einfach, ja, vielleicht was euch emotional mit Vampire Storm verbindet oder was ihr überhaupt über Vampire Storm denkt. Auf jeden Fall ist Vampire Storm 3 fast da. Yay! Bald geht's los. Bald können wir Blut saugen. Hm, lecker, lecker, lecker. Nicht, dass ich das nicht so schon machen würde außerhalb des Spiels. Aber es ist auch cool, das innerhalb eines Spiels machen zu können. Okay, Spaß beiseite. Ähm, und diesmal wirklich. Das war's soweit sogar schon von mir. Das war's tatsächlich. Also, nochmal alle Fakten zusammengefasst. Für alle zum Mitschreiben. Also holt euch Zettel und Stift oder schreibt einfach direkt in die Kommentare. Ähm, ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben. Und dann ist, äh, nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Die Verlosung ist dann am 17. Mai. Um 15 Uhr. Live hier auf YouTube. Okay, tschüssli. Das war's soweit von mir. Danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und bitte, 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 bitte holt euch Vampire Storm 3. Das ist voll cool. Das gibt's dann auf Steam. Ähm, könnt ihr auch auf eure Wunschliste setzen. Link in der Videobeschreibung. Wunschliste nicht vergessen. Zweiter Quartal ist jetzt. Kaufen, wenn's draußen ist. Freuen, spielen, glücklich sein. Tschüssli, ich bin raus. Kaufen, spielen, glücklich sein. Kaufen, spielen, glücklich sein. Kaufen, spielen, glücklich sein. Kaufen, spielen, glücklich sein. Vielen Dank.